Hey Leute, wie geht's? Mein Name ist Wes und ich zeige euch heute die Thumb Chucks und erkläre euch den Trick Rebound. Für den Rebound startet ihr mit einem High Grip. Ihr nehmt einen Chuck zwischen Zeige, Mittelfinger und Daumen. Dann dreht ihr einfach das Handgelenk ganz leicht und lasst den einen Chuck vor- und zurückschwingen. Das ist der Rebound. Das ist der Rebound.